Oh, dann schildern wir nochmal schnell um. Ja, ja, kommen wir so rein, kommen wir so rein, gehen sie raus. Das heißt, da noch was passiert, ja. So, jetzt haben wir den Aufnahme-Button gedrückt. Ja, 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 ja. Ach, das ist fertig fallen schon, ich muss mal rein. Ach, gut, doch. Ja, ich bin mal gespannt, wie diese neue Karte da wird, wo es bei OMSI jetzt erschienen ist. Und ich habe auch gehört, das soll das 99. DLC gewesen sein. Ja, da war es einfach nur... Da war ja auch irgendwas, ne? Ach, ein Blitzer, hallo, ich war 50. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Sehr gut. Mitten auf der Straße. Ey, geil. Nächste Haltestelle. Martin Luther Kirche. Dein Wunder ist natürlich, wenn die Unfälle passieren. Oh, ist doch ein Beispiel. Nein, ist kein Beispiel. Nein, ist kein Beispiel. Oh, da waren aber wieder viele mit. Ich bin ¡no! Von London zu Simon. Ich bin mal gespannt. Hallo! Hallo? Einmal kurz treaty bitte. Die kurzer bitte. Hallo! So? Boing. Das wird ja was hier. Haben wir eigentlich gut angefangen, ne? Und pünktlich rein und pünktlich raus. Sehr gut. Wie wäre es mit der Beckstraße? Jawohl, bitteschön. Abfahrt. Ja, liegt schon ein bisschen zu hinten. Krasses System. Oh, brauche ich mir zu lang. Dino Dance. Was macht denn der Busfahrer da? Um sie 20. Hübchen fertig. Viel Spaß bei deinem Rundlauf. Ja, ja, mach mach. Mal keinem schlafen. Kann man mich am Hebel sehen. Holt die Gang und schießt mich ab. Der Bartalo hat's verkracht. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Der ist ja halt der Komiker, guck mal. Ach so. Soll ich noch die türen öffnen? Hallo? Moin. Eine Fahrkarte, bitte. Na gerne. Na. Na gerne. Nächste Halterstelle. Bildenstraße. Halt. Oh mein Gott. Okay. Nächste Halterstelle. In die Dorfheide. Da ist kein Ahnung. Okay. Okay. So vieles, aber ich krieg's nicht. Tja. Das wäre schon schön. Hopp. So. Da ist alles raus. Einer. Einer will aussteigen. Das ist ja sowas für ein Packard. Naja, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was nachher noch auf der Forst abgeht. Ähm. Das wäre dann schon der achte Teil, den wir dann aufnehmen. Wir haben ordentlich gut Holz geschlachtet. Der liebe Johannes und ich. Ja, also wie gesagt, der speichert automatisch auf dem LS Server. Da könnt ihr euch weitermachen. Das ist nicht das Problem. Das wäre dann. Okay. Okay. So, das macht ja nichts. Schön, jetzt kommen sie, die Schwarz. Einige Tickets fehle ja noch, ne? So, hat keiner mal mit? Dann Abfahrt. Alles dunkle Farbenfahrer hier. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ich habe ja so eine komische Augenklappe vor mir. So eine komische Augenklappe vor mir. So, wer hat denn eigentlich gleich noch Lust mit auf, ähm, ähm, äh, bei der Stadtverkehr AG, Stadtverkehr AG, genau, ähm, noch ein bisschen mit auf Städtetreieck zu fahren. Ja, kannst du. Ah, nee, links gehen nicht, nein, links gehen nicht. Äh, genau dann. Also, links kann nur die Moderatoren und, ähm, die, der Streamer. Genau, kannst du noch einschicken. So. Oh, ist grün. So, wieder hat er verpennt. Da hat er schon wieder verpennt, der Gute. Oh, das ist so gemein. Warum immer diese rote Ampelfasen da ist, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So, ähm, ja. Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Ich bin heute Nacht nochmal, ähm, nochmal ACC gefahren. Und, hat mein Rating auf 4,11 hoch. Gott sei Dank, ja. Also, ich bin nur Schönheit am Fahren. So, um sein Safety Rating hochzubekommen. Ah, ist wirklich Schönheitsfahren angesagt. Lass letzter sein, egal, lass dir hier da alle fahren. Aber, ums hochbekommen. Ja, hast du das, hast du das netten da, umsiebbar, du soll, den Discord kannst du doch in die umsie2-Bastelwerkstatt reinstecken. Dafür ist er doch da. This way. So, um. Das ist cool. Ey, das geht doch nicht normal, ey. So. So. Bin ich mal kurz in den Wetterraum. Na, einen kleinen Moment. Gerade was. Ja. So. So. Ähm. Adam, ich sehe, ich weiß, ob ich in den Wetterraum, aber ich mache gerade noch eine Aufnahme. Die läuft noch mit. Ich hole dich gleich dann mit dazu, wenn die Aufnahme fertig ist, ne? So. 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 So, Okay, mal weiter hier. Nächste Halterstelle. Goetheplatz. Mhm. Die schillernde Goetheblöde. Also war schon grün, verdammt. Ja. Dürfen wir wieder stehen. Ach, das ist doch... America. So. Manta Manta fährt vorbei. Bitte gleich fahren. Nein, hier fett zuerst. Immer die Falschen. So. Wenn man nicht so viel Geld für Spiele ausgibt, weil sie zu teuer sind, dann checkt man meinen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Ja. Es gibt doch bessere als ich. Aber danke für das Lob. So. Kann halt nur schwer damit umgehen. Hahaha. Oh. Und weggespawnt, der Guter. So. 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 Ben. Also wenn wir dreimal 1200 Euro für den Betrieb einfahren können, dann passt das vollkommen. Hoppada. Ja genau, der Betriebsbussimulator ist ein Multiplayer, also da kannst du Betriebe gründen. Du kannst also im Bahnbetrieb mitfahren. Wir sehen uns wieder. ich habe mich schon wieder verfahren zum zweiten mal das kann das raum schmeißt den busfahrer raus weiß was das tolle ist die aufnahme die aufnahme nimmt es mit auf deswegen dass ich nämlich auch trennen ach du liebe güter herr schmeißt den busfahrer raus raus mit dem fahrer raus mit der fahrer wollte gerade noch was anderes sagen ach da will keiner mit dann hätte ich ja auch außenrum fahren können aber ich glaube das hätte er nicht mit gezählt ach man immer wieder dasselbe thema da wir haben bestimmt schon ehrlich gemeckert und das abzieher wollen der beste busfahrer und bester streamer rolle flach halte so nein ampel was denn los bei solchen aussagen wollen wir nicht wissen wovon du nachts träumst adam kappa 2 oder ex 2 raute plus wo ist denn der leitstellen fahrt wer plant die muss doch irgendwas wird am bush sei ja 8 schermann lp hat dann auch geschah aus erzählt so auf jeden fall erstmal vielen dank für die wo den kanal auf youtube das ganze supporten liken und natürlich auch ein kostenloses abo dalassen vielen dank für die unterstützung meine lieben muss ich auch mal den süßen sagen und ich hoffe ich werde noch weiterhin gute erfahrungen sammeln können um euch dann noch ein bisschen bessere videos präsentieren zu können kein handy am steuer das meine ich zum beispiel der schaltet nicht direkt obwohl du langsam gas gibt darum muss update kommen freunde der kann das kann das so nicht gehen das ist das einzige was ich bemängeln alles andere ist so top macht das wirklich keine probleme aber das ist der einzige punkt wo ich das zu bemängeln habe ich habe das hier Was ist los? Warum war es vorhin? Er hat keine Direktionskontrolle, warum hast du keine Direktionskontrolle, mein Freund? Woran liegt es? Ich bin schon wieder auf irgendeinen Knopf drauf gekommen und habe ihn deaktiviert. Ja, und wie gesagt, wir suchen immer noch gerne Fahrer, so wie wir es heute am Freitag veranstalten. Da ist dann nämlich eine kleine Zusammenfahrt. Wir fahren einmal pro Tag eine Tour, das Land, ob mit oder ohne, auf dem Discord. Alles kein Problem. Das ist auch gleich gepackt. Oh, er hat noch was. Zeigt auch noch jemand um sie. Gehen wir mal kurz rüber. Ah, passt ja. Guck mal, dass wir ein bisschen mal vorankommen. Guck mal, dass wir ein bisschen mal vorankommen. Dass wir dementsprechend noch ein bisschen in unserem Zeitfenster passen. Hoppala. Aber wenn sie wieder meckern, wir sind unpünktlich, dann gibt es wieder was auf die Nuss. Hallo. One. One. Was, one? Ah ja. Nächste Haltestelle, Beethovenstraße. Jawolle. Kommen wir so rein, machen sie schnell. Wenn ich mit erfahren wurde, ich hätte Angst. Nächste Haltestelle. Bergenstockstraße. Mhm. Hallo? Moin Moin. Ja, ist ein bisschen schwummig, aber passt schon. Hoppala. Nächste Haltestelle. Ja, ist ein bisschen schwummig. Ja, ist ein bisschen schwummig. Ich werde jetzt gerade ausfahren. An der Hände ist nämlich nichts mehr. Nächste Haltestelle, Feldhauser Straße. Ja, da sind wir schon weg. Nächste Haltestelle, Gladbeck Zweckel Bahnhof. Ja, da sind wir jetzt im Umlauf auch irgendwie falsch einge... Ja, da sind wir jetzt im Umlauf auch irgendwie... schon wieder fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, bis zur nächsten Folge. Okay. 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 Okay.